Fühle ich mich so wohl oder fühle ich mich so wohl? Man redet sich zwar ein, dass man sich wohlfühlt, es ist doch normal. Man hat nur den Wohlstandsbauch, weil man ist ja erfolgreich. Nee, das ist einfach nicht richtig. Und spätestens wenn man wegen Schmerzen die Treppen nicht mehr laufen kann, merkt man es auch. Wir tun so viel für Statussymbole, wir tun so viel, eine schöne Wohnung zu haben. Warum tue ich nicht auch was dafür, dass ich mich wohlfühle und leistungsfähig bin? Und da sollte es eigentlich anfangen. 110 Kilo bin ich jetzt bei 87, das ist brutal. Ich laufe freiwillig Treppen, ich kann das halten, ich habe jetzt eine neue Lebensfreude. Und das ist auch der Ehrgeiz, das zu erhalten. Und vorher war es nur Verzicht, Verzicht, Verzicht und wann darf ich endlich wieder mein Lieblingsschnitzel essen? Was für mich auch ein großer Motivationspunkt war, ich werde dieses Jahr das erste Mal Vater und ich wollte einfach auch mal die Möglichkeit haben, mit meinem Kind zu spielen. Und nicht gleich K.O. sein oder einfach mal auch die Natur, das schöne Wetter genießen. Das war ja alles nicht möglich. Es ist ein anderes, es ist ein neues Lebensgefühl, es ist mehr Lebensqualität. Und verdammte Axt, es hat wirklich geklappt. Und es hat jede Woche geklappt. Und das war so das einfach, wenn man diese Positivbestätigung hat, dann kommt auch die Freude und dann hat man auch nicht den Drang, es zu vernachlässigen, wie man sich selber vorher vernachlässigt hat. Das war mit eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre, die ich gefällt habe, sowohl privat als auch geschäftlich. Geschäftlicher Erfolg bringt mir nichts, wenn ich wirklich körperlich auch den Preis zahlen muss. Und jetzt bin ich körperlich wieder in einem Status, dass ich dann auch alles genießen kann. Also ich kann es uneingeschränkt auch empfehlen. Es ist in die Familie integrierbar, es ist Lebensqualität, die man gewinnt. Was will man mehr? Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Wölfel. Ich bin Fitness- und Ernährungscoach für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Und wir haben heute bei uns im Büro den Christian, einen unserer lieben Kunden, der jetzt schon eher am Ende quasi in unserer Zusammenarbeit steht. Also wir haben jetzt schon, ich würde mal sagen, 95 Prozent unseres Ziels, unseres Weges erreicht. Und der Christian und ich sprechen heute einfach mal darüber, was haben wir gemacht? Was ist passiert in dieser Zeit? Was hat sich verändert auch für dich, Christian? Und ja, ich glaube ganz interessant für viele, die das Ganze auch vielleicht sehen werden, die sich vielleicht nicht so wohl in ihrem Körper fühlen, die jetzt nicht die beste Gesundheit haben, nicht die beste Fitness, die aber trotzdem hohes Stresslevel haben, viel Belastung haben, vielleicht auch Familieverpflichtungen haben. Es ist ganz spannend mal zu sehen, wie fühlt sich das an, knapp 25 Kilo abzunehmen und ein neuer Mensch zu werden. Ja, erstmal danke Marco, dass ich auch hier sein darf und dass du dir auch die Zeit genommen hast, mich zu coachen und hier stehen. Das ist ja allein schon ein Unterschied. Vor knapp vier Monaten, wo wir uns kennengelernt haben, hätte ich ja schon einen Stuhl gebraucht, weil dein langes Stehen nicht gegangen wäre. Es ist ein anderes, es ist ein neues Lebensgefühl, es ist mehr Lebensqualität. Und ich glaube, du hast mir auch so weit aufgeklärt, dass ich das auch halten kann. Und das ist das, was wirklich jetzt das Spannende ist und auch der Unterschied zu dem, was es sonst am Markt gibt. Das ist halt immer der wichtigste Punkt mit einfach. Die meisten Leute versuchen halt, wenn sie abnehmen wollen, fitter werden wollen, gesünder werden wollen, die orientieren sich an irgendwelche Vorgehensweisen, die mal so für acht Wochen, halte ich das schon durch, ausgelegt sind und wundern sich dann, was danach passiert. Vielleicht, damit wir mal einen guten Einblick bekommen, wo wir gestartet sind. Wie war denn die Ausgangssituation? Ich meine, wir sprechen jetzt im Mai, wir haben angefangen im November. Du hast auch Kleidungsstücke noch mit dabei vom November mit den Kilos quasi, die du damals noch drauf hattest. Aber erzähl einfach mal, damit man so einen Einblick bekommt. Was hast du damals gewogen? Vielleicht, was waren auch vergangene Erfahrungen mit dem Thema Abnehmen, gesünder werden und Schwierigkeiten, die du auch damit hattest? Ja, ich bin vielleicht grundsätzlich viel im Vertrieb unterwegs und da hat sich einfach durch die Bürotätigkeit und viele Reisen über die letzten Jahre das Gewicht einfach Stück für Stück aufgebaut. Es war immer relativ viel um 100 Kilo. Jetzt, weil es die Kamera nicht zeigt, ich bin nur 1,73 groß, also schon tendenziell viel zu viel. Und die letzten anderthalb Jahre ist es dann sogar hochgegangen auf 110, wo dann wirklich einfach der Punkt kam, wo kleinere Bewegungen schon riesige Anstrengungen waren, wo man einfach keine Ausdauer hatte, aber auch keine Motivation oder Vitalität, irgendwas zu machen. Also der große Erfolg war es schon, wenn man es vom Bett auf die Couch geschafft hat an den freien Tagen, weil dann schon fast die Kondition rum war. Und da kam dann irgendwann der Punkt, wo sich das ändern musste. Ich habe vor einigen Jahren schon mal eine Stoffwechselkur ausprobiert gehabt, beispielsweise, wo ich auch in drei Monaten fast 15 Kilo abgenommen habe. Eigentlich erst mal gut, oder? Die meisten Leute würden sagen, okay, du hast erfolgreich abgenommen. Ja, das Problem war nur, das war ein sehr, sehr starkes Verzichtdenken. Und wo das Ziel damals erreicht war, dann hat man sich eigentlich danach wieder in die alten Muster gefallen, man hat das Gleiche wieder falsch gemacht wie vorher und alles, auf das man verzichtet hat, hat man sich dann in größeren Mengen dann gleich wieder gegönnt, weil ich habe ja das Ziel erreicht. Also die 15 Kilo, die ich in drei Monaten abgenommen habe, die waren nach einem halben Jahr wieder drauf. Also mit Nachhaltigkeit hatte das nichts zu tun, außer, dass ich einen Schrank voller Pillen hatte, von denen ich nie wusste, was ist da genau drin, sondern ich hatte nur einen Plan, nimm um die Uhrzeit die Pille. Und das hat aber nichts am grundsätzlichen Mindset geändert. Und das war wirklich so der Unterschied, den ich bei dir am Anfang verstanden habe. Da haben wir ganz woanders angesetzt. Nicht, nimm das und du hast den Erfolg, sondern wirklich, was ist das Grundverständnis? Von wo gehen wir aus? Was muss ich machen? Und seit es da dann so peu à peu Klick gemacht hat im Kopf, da war das dann plötzlich gar keine Abnehmkur, kein Verzicht, sondern wirklich einfach nur ein Umdenken und eine jobbegleitende Maßnahme, die mich aber in meinem Alltag überhaupt nicht eingeschränkt hat. Das war ein Riesenunterschied. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist jetzt auch der, jetzt hast du gerade davor gesagt, Ziel erreicht, also in Bezug auf diese 15 Kilo. Was viele, viele nicht verstehen, ist halt immer rein abnehmen. Das funktioniert schon. Aber das Ziel sollte ja eigentlich nicht sein, abzunehmen, um abzunehmen, sondern was bedeutet es für dich für die nächsten Jahre? Genau, also was für mich auch ein großer Motivationspunkt war, ich werde dieses Jahr das erste Mal Vater und ich wollte einfach auch mal die Möglichkeit haben, mit meinem Kind zu spielen und nicht gleich K.O. sein oder einfach mal auch die Natur, das schöne Wetter genießen. Das war ja alles nicht möglich. Und jetzt einfach von 110 Kilo bin ich jetzt bei 87. Das ist brutal. Ich laufe freiwillig Treppen, was ich früher nie gemacht hätte. Ich habe Spaß daran, Spaziergänge zu machen. Und das ist einfach auch was, wo ich sage, ich bin jetzt auch an dem Punkt, ich kann das halten, ich habe jetzt eine neue Lebensfreude. Und da ist jetzt auch der Ehrgeiz, das zu erhalten. Und vorher war es nur Verzicht, Verzicht, Verzicht und wann darf ich endlich wieder mein Lieblingsschnitzel essen? Ich glaube, ein großer Punkt ist natürlich auch dabei, wenn man das jetzt sieht und sagt, okay, ich bin vielleicht auch bei 10 Kilo zu viel, 20 Kilo zu viel, ist ja eigentlich erst mal egal, wo ich starte. Aber man hat ja auch so gewisse Hürden einfach. Bei dir war zum Beispiel eine Hürde einfach die schlechten Erfahrungen, die du hattest, auch mit dem, was du davor gemacht hast. Ich erinnere mich aber auch noch daran, war das Knieschmerzen. Du warst sehr vorsichtig mit deinem Knie. Das ist für viele, die es jetzt vielleicht sehen, auch eine Hürde zu sagen, ich habe da ein Bewegchen, ich habe dies, ich habe das. Ich weiß ja gar nicht, wie ich ansetzen soll. Vielleicht war ich sogar mal im Fitnessstudio, dann wurde mir das nicht richtig gezeigt, dann waren die Schmerzen vielleicht sogar mal mehr. Und wenn ich jetzt was mache, bringt das dann wirklich was, verändert sich dann wirklich was. Und ich denke, was du schön gesehen hast, ist halt, dass das alles Hand in Hand gehen kann. Und jetzt bist du im Prinzip schmerzfrei mit 87 Kilo. Wir erwarten dann am Sonntag natürlich die 86 Kilo, so wie wir das machen. Und was ist für dich jetzt neben den Ergebnissen, sage ich mal, im Alltag der wirklich Unterschied? Weil ich meine, vertrieblich tätig, du bist oft beim Kunden, du fährst manchmal 1000 Kilometer am Tag. Und viele denken sich so, naja, was machst du dann? Ich gehe halt irgendwo Fast Food essen, irgendwo das, was ich halt schnell zur Verfügung habe, in der Tanke irgendwas. Für viele gestaltet sich das dann ganz, ganz schwierig. Wie war das für dich oder wie ist das für dich jetzt im Alltag? Einfach so, wie du es halt lebst gerade. Ich habe es am Anfang auch als Herausforderung gesehen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich nur Verhaltensmuster waren, die wir analysiert haben und die wir dann auch geändert haben. Und ich habe halt früher zum Beispiel meine großen Touren, wenn ich mal wirklich 1000 Kilometer habe, ich habe die nicht für mich vorbereitet. Für die Kundenseite war ich immer vorbereitet, alles 110 Prozent. Aber mich selber habe ich vernachlässigt. Und jetzt nehme ich mir einfach vorher auch mal 10 Minuten, 15 Minuten, was ja eigentlich nicht viel Zeit ist. Ja. Bereite mich vor und kann wirklich auch diesen Tag durchziehen mit gleichzeitig dann dadurch, dass ich ihn vorbereitet habe, mehr Zeit, einer höheren Konzentration und Leistungsfähigkeit. Also die Zeit, die ich jetzt zwar investiere für meine Gesundheit, kriege ich aber auf Arbeitsebene doppelt und dreifach zurück. Also es ist auch auf der Seite kein Verzicht, sondern eher wirklich ein doppelter Mehrwert. Ja. Und jetzt so auf privater Ebene, jetzt haben wir das Geschäftliche, das sehen viele auch nicht, das verstehen viele nicht, was nicht deren Schuld ist. Weil ich meine, du musst es erst mal erleben, dass du wirklich sagst, okay, wenn ich was für mich tue, dann schaffe ich mir eigentlich Zeit. Dann schaffe ich mir eigentlich mehr Zeit, als ich davor habe, die ich tendenziell durch ein schlechtes Energielevel, durch, sage ich mal, das hast du auch, denke ich, teilweise wahrgenommen, man verändert sich auch von der Laune, von der Grundeinstimmung her. Ja, das Energielevel wird ja ganz anders. Ich gehe auch ganz anders an Aufgaben ran. Und jetzt hast du natürlich am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn ich mir auf einmal Zeit schaffe und mich besser fühle und in so einen guten, positiven Kreislauf komme, aber lecker essen gehen kann im Prinzip, nicht verzichten muss, auch mal einen Schluck Alkohol trinken kann, wenn einem was Gutes schmeckt zum Beispiel. Ja, was hat sich jetzt für dich aber auch zum Beispiel auf privater Ebene verändert? Viele haben immer Angst, meine Frau, meine Partnerin oder eben andersrum, mein Partner, mein Mann, ja, wie soll ich das unter einen Hut bekommen? Und wenn ich da jetzt was mache, dann leidet meine Beziehung, meine Partnerschaft darunter. Jetzt haben wir schon gerade klar gesagt, Geschäft und Business muss nicht darunter leiden. Du musst es halt richtig machen. Aber was ist auf privater Ebene bei dir passiert? Eigentlich fast der gleiche Effekt. Also es war natürlich am Anfang eine gewisse Umstellung, aber alles im Positiven. Also ich habe ja jetzt mehr Energie, die ich jetzt natürlich auch in die Freizeit mitnehmen kann. Ich kann jetzt auch durch das höhere Energielevel mehr mit meiner Frau unternehmen. Sie hat automatisch auch mitgemacht, mehr oder weniger in Not gedrungen, weil sie dann natürlich auch bei mir immer mitgegessen hat. Und sie erfreut sich ja auch daran, dass wir jetzt ganz andere Dinge machen können. Einfach mal wandern gehen, was vorher war, die Wanderung vom Bett auf die Couch. Jetzt geht die Wanderung wirklich mal raus, die Natur genießen, die Freizeit genießen. Es macht einfach Spaß. Und wenn man dann noch so, wir hatten letzte Woche einen Effekt, meine Frau und ich, ich denke, das kennt jeder, wir necken uns auch ab und zu mal. Und da habe ich sie wieder geärgert und sie wollte mir beim Spazierengehen in die Seite kneifen. Und sie ist abgerutscht, wo ich mich jetzt neu einkleiden musste. Es ist ein neuer Mensch und da hat sie es ja wiederum auch einen ganz anderen Bezug zu. Also es ist ein ganz anderes Level von Lebensqualität und Freude. Und das schreibt man auch aus. Super, sehr gut. Jetzt eine Sache, die mir noch ein bisschen in den Kopf kam. Wie ist es denn von der Flexibilität her beim Essen? Hast du das Gefühl, dass du irgendwie verzichten musst, dass du Grenzen hast, wo du sagst, oh, ich kann mich so nicht langfristig ernähren? Oder hast du jetzt einfach das Gefühl, du hast für dich deine individuelle Vorgehensweise, das ist ein wichtiger Punkt, darf man nicht vernachlässigen, also bloß weil diese Lösung jetzt so, wie sie erarbeitet haben, für dich perfekt funktioniert, heißt das ja nicht, dass es jetzt für deinen Nachbarn perfekt funktioniert. Muss sie aber auch gar nicht. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber hast du das Gefühl, du kannst dich uneingeschränkt verhalten, kannst soziale Anlässe genießen, kannst bei Geschäftsessen, ja, das ist ein wichtiges Thema, nicht jedes Geschäftsessen läuft auch ohne Alkohol ab zum Beispiel. Das ist halt auch ein Punkt. Branchenabhängig kann es mal variieren zum Beispiel auch. Hast du das Gefühl, dass du da jetzt einfach, egal ob ich dich fragen würde, 10 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre, dass du dich nicht einschränken musst? Uneingeschränkt, ja. Das kann ich so unterschreiben. Ich bin von dir so angeleitet worden, dass ich jetzt einfach die Dinge sehr viel bewusster angehe. Ich habe jetzt nicht mehr dieses Unbewusste mal was reinschaufeln, sondern ich kann das jetzt sehr viel aktiver bewerten, aber auch genießen. Also wenn ich mir jetzt auch mal wirklich einen guten Rum gönne, den genieße ich jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein, als dass man vorher halt in der gleichen Zeit drei reingeschüttet hat. Man kann das Essen so genießen, wie man es will. Man weiß es jetzt nur anders einzuordnen. Und von daher, bei meiner Frau haben wir ja auch andere Dinge angesprochen, einfach weil sie auch Unverträglichkeiten hat. Die habe ich dann mit für mich übernommen, habe auch andere Sachen gemacht. Das war so individuell und wo ich da zwischendrin mal Sehnsuchten an meiner Lieblingspizza hatte, selbst die konnten wir einbauen. Und jetzt weiß ich aber genau damit umzugehen. Und das ist ja das Wichtige, damit ich es dann auch danach wirklich stabil so weiterführen kann, auch wenn irgendwann mal unsere Zusammenarbeit endet. Ja, sehr, sehr gut. Jetzt hast du erwähnt, du wirst Papa dieses Jahr. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, zu wissen, okay, du, also vielleicht um den Kontext herzustellen. Es ist ja auch so, wenn du jetzt als Geschäftsmann zu viel auf den Rippen hast, du weißt, die Blutwerte passen vielleicht nicht, der Arzt hat schon mal was gesagt, du solltest eigentlich was machen und du hast schon Kinder vielleicht. Thema Knieschmerzen zum Beispiel. Ich erlebe es immer wieder, dass Väter mit den Kindern kein Fahrrad fahren können, irgendwie nicht Fußball spielen können und Sonstiges. Einfach weil das Knie da nicht mitmacht. Das ist ja auch eine Sorge, die man hat, wenn man an die Kinder denkt. Wie fühlt es sich jetzt für dich an? Du weißt, du hast die Ernährung voll im Griff, du hast ein gutes Energielevel, du bist gesund, du bist fit. Du kannst dich einfach auf dein Kind freuen. Wie hättest du dich gefühlt vor diesen 23 Kilo, die wir jetzt runterhaben? Ich wäre beschwerter an die Sache rangegangen, im doppelten Sinne, weil man sich ja dann wirklich auch einschränken muss. Und ich habe es bei meinen Neffen einfach gemerkt, wenn man da gespielt hat, man ist ganz schnell außer Puste. Ich habe dann auch Fußball, so ein Thema, habe ich früher viel gespielt. Da hat man dann plötzlich aber immer die Angst im Hinterkopf gehabt, passiert irgendwas mit dem Gelenk? Macht es jetzt das mit, jetzt mit gut 23 Kilo weniger? Ich merke, die Belastung auf dem Knie ist eine ganz andere. Ich kann Treppen laufen ohne Probleme. Ich gehe relativ weite Strecken wandern, auch im Bergigen. Ich spüre es nicht mehr. Und dementsprechend ist es auch im Kopf keine Blockade mehr, die da ist. Und ich freue mich drauf, wenn ich dann einfach diese Vitalität dann auch mit meinem Kind teilen kann. Sehr schön, sehr, sehr cool. Ja, gib mir doch mal einen Zukunftsausblick. Wie geht es für dich weiter? Wie fühlst du dich jetzt vorbereitet für die kommende Zeit? Eine Frage, die viele haben, ist, ist das wirklich nachhaltig? Wieso ist das nachhaltiger als andere Sachen? Was ist, wenn der Marco dann nicht mehr dabei ist? Lohnt sich das dann trotzdem? Was ist dein Statement dazu? Ich fühle mich von dir so vorbereitet, dass ich überhaupt keine Zukunftsängste habe. Die Werkzeuge, die du mir an die Hand gegeben hast, plus dieses Grundverständnis, was ich vorher in dieser Tiefe und Breite nicht hatte, das gibt mir die Möglichkeit in Zukunft auch selber, wenn mal was schief läuft, wirklich genau diese Stellrädchen wieder zu drehen. Ich weiß genau, was muss ich machen, wenn doch mal was passiert. Und mittelfristig möchte ich sogar noch weitere 5, 6 Kilo runter. Erstes Ziel wäre natürlich mal überprüfen, über einen Sommer kann ich das wirklich so stabil halten? Habe ich wirklich alles auch verstanden? Das ist ja dann auch eine Eigenkontrolle. Und danach wirklich nochmal ansetzen und nochmal 5, 6 Kilo runter. Das wäre nochmal so ein schönes Ziel bis Weihnachten. Und dann hätte ich wirklich vom letzten Weihnachten bis zu diesem 30 Kilo runter. Das ist mal eine Zeit, das kriegen die meisten umgekehrt hin. Das ist ein spannender Punkt, weil du Weihnachten ansprichst. Wir haben am 23.12. sind wir gestartet. Ja. Das war unser Startdatum. Und der Christian hat mir eine Frage gestellt und gesagt, Marco, war das ein Fehler? War das ein Fehler, jetzt diese Entscheidung zu treffen? Und ich weiß noch, was ich zu dir gesagt habe. Ich habe gesagt, Christian, Weihnachten kommt nächstes Jahr wieder. Lerne, das leckere Essen einzubauen und es zu genießen und trotzdem abzunehmen. Vielleicht nur ganz spannend zu sehen, was ist über Weihnachten bei dir passiert? Ich habe über Weihnachten 1,5 Kilo abgenommen. Hast du dich einschränken müssen? Hast du nichts Leckeres essen können? Warst du der Buhmann in der Familie? Ich war sogar der, der gekocht hat und es hat allen geschmeckt. Das war ziemlich cool. Ich habe nur auf manche Sachen einfach bewusster geachtet. Also Thema Alkohol, das ist ja zum Beispiel angesprochen. Das hat man früher nebenbei mitgetrunken. Und dann ist dann so am Abend auch mal in drei Leute fünf Flaschen Wein reingesorfen. Und das passiert halt jetzt nicht mal. Jetzt ist es einfach nur ein aktiverer Genuss. Und der steigert ja alles. Hat wunderbar geklappt. Die Familie hat es angenommen. Denen hat es auch geschmeckt. Also zum Nachteil muss ich dieses Weihnachten jetzt wahrscheinlich wieder kochen. Aber es war super. Sehr schön. Es hat jeder als Herausforderung auch gesehen. Es kamen genau die gleichen Fragen. Wie genau jetzt vor Weihnachten? Und da habe ich auch gesagt, naja, fett werde ich ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Weil diese eine Woche ändert ja eigentlich daran nichts. Aber ich muss zugeben, das war schon eine große Herausforderung. Aber du hast auch gesagt, wir schaffen es. Und ich habe dich beim Wort genommen. Und wir haben es durchgesetzt. Umgesetzt, besser gesagt. Super. Ja, abschließend vielleicht an der Stelle. War es eine gute Entscheidung, dass wir zusammengearbeitet haben? Definitiv. Das war mit eine der besten Entscheidungen der letzten Jahre, die ich gefällt habe. Sowohl privat als auch geschäftlich. Wenn ich da alles in einen Hut werfe. Ich bin jetzt auf einem Level, wo ich auch weiß, ich bin die nächsten Jahre wieder gut vorbereitet. Und geschäftlicher Erfolg bringt mir nichts, wenn ich wirklich körperlich auch den Preis zahlen muss. Und jetzt bin ich körperlich wieder in einem Status, dass ich dann auch alles genießen kann. Also ich kann es uneingeschränkt auch empfehlen. Meine Frau ist auch Feuer und Flamme. Die will demnächst dann auch nochmal weitermachen. Die hat am Anfang mich ja auch begleitet. Es ist in die Familie integrierbar. Es ist Lebensqualität, die man gewinnt. Was will man mehr? Hammer. Vielen Dank für das Feedback, Christian. Schön, dass du heute bei uns bist und mit mir das Interview machen konntest. Wenn du das Video jetzt siehst und du siehst dich vielleicht vor ähnliche Probleme gestellt hast. Heißt, du möchtest abnehmen, du möchtest Körperfett reduzieren, vielleicht einen flachen Bauch bekommen. Sei es auch gesünder werden und Schmerzen reduzieren. Einfach langfristig und nachhaltig gut aufgestellt sein. Dann kannst du dich jetzt auf eine kostenfreie Beratung bei mir eintragen. Ein Mitarbeiter von mir wird sich bei dir melden. Der wird mir dir ganz kurz mal anschauen, wo stehst du gerade. Was ist die Ausgangssituation? Können wir dir auch wirklich helfen? Und wenn diese Punkte erfüllt sind, dann sprechen wir uns schon bald. Und ich schaue mir dann ganz genau mit dir an in einer Beratung. Und wie kannst du dein Ziel genauso wie Christian jetzt auch erreichen, auf deine eigene individuelle Art und Weise, mit der du dann wirklich lernst, nachhaltig dieses Ergebnis zu halten. Vielen Dank, Christian. Gerne. 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 Vielen Dank.